Ein Jahr ist es her, seitdem die ACD Systemtechnik ihre Hallen geöffnet hat zum Tag der offenen Tür. Am Samstag, den 13.04. machen wir das erneut im Rahmen des Molbitzer Gewerbegebietsfests und zeigen wieder, wie moderne Elektronik für Medizintechnik als auch industrielle Anlagen gefertigt wird. Für die Kleinsten von uns, da ist auch wieder gesorgt, wir haben mit dem Blitz e.V. zusammen T-Shirt-Bedruckung, Turnbeutel-Bedruckung hier bei uns auf dem Gelände aufgebaut. Für die etwas Älteren, die Jugendlichen, haben wir Lötstationen, an denen man selber seine Fähigkeiten ausprobieren kann, um Elektronik selbst zu fertigen. Und für alle anderen Interessierten bieten wir am Samstag ab 9.30 Uhr unsere geführten Firmenrundgänge an. Wir freuen uns riesig auf Sie und wünschen bis dahin eine gute Zeit. Auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen bei der ACD Systemtechnik GmbH. Mein Name ist Carolin Rudert und ich freue mich, Sie hier an der Karrierebar am Samstag begrüßen zu dürfen. Kommen Sie vorbei und werfen Sie einen Blick in unsere Jobkarte. Dort finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote sowie ein kleines, spritziges Angebot zur Erfrischung. Also nutzt eure Chance, kommt mit eurer Initiativbewerbung vorbei oder füllt vor Ort unsere Direktbewerbung aus, werft sie in den Briefkasten und wir freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen und die ACD Systemtechnik als attraktiven Arbeitgeber vorstellen zu können. Und die ACD Systemtechnik als erstellen, bei der ACD Systemtechnik als erstellen, Untertitelung des ZDF, 2020